Ach, das war jetzt knapp. Toll. Ich hab sehr viel Energie. Du bist so schlau, du dumme Euler. Da! Nein! Ich hätte nicht springen sollen. Fuck. Okay, noch einmal. Aber mit Eis geht das schon ganz schön gut. Deswegen benutze ich jetzt Eis. Und Highjump zum Schluss. So. Und dann gehe ich da nämlich... Und bricht denn das wieder auf? Toll. Vielen Dank. Och, ihr seid so nett zu mir. Mit welcher Fähigkeit habe ich die vorgemacht? Cutter, nicht wahr? Toll. Ich bin schon wieder halbtot. Und ich hab sie einmal getroffen, vielleicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, ich bin so dumm. Ich weiß nicht, wie ich sie machen soll. Der erste Versuch war der beste. Oh, fuck. Ich brauch den Cutter. Ich brauch den Cutter ganz, ganz dringend. Oder Eis halt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probier's als erstes mit Eis. Und ich hab, glaub ich, schon so ne Idee. Wie ich sie machen werde. Diese fette Euler. So, jetzt springe ich nämlich da nach oben. Jetzt mach ich so, 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 so. Ganz viel. Ganz oft. Ganz viel. So. Wow, 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 wow. Das war jetzt... Ein bisschen... Och. Mann. Kann ich mal aufhören mit dem Scheiß? Danke. Jetzt fliegt sie nämlich hier hin. Jetzt kommt sie da wieder an. Och. Sie ist so erneu. Einen neuen Pestfliege. So, jetzt stell ich mich mal hier hin. So, jetzt. Dieses dumme Vieh ist nämlich sehr... Schlau. So, Waddle, die geh weg. Nein, nein, nein. Komm zu mir. Ich will das nicht nochmal machen. Autsch. Okay, ich benutze jetzt Highjump. Bams. Komm, jetzt wirk ich dir gleich noch eine Reihe in uns. Thanks for nothing. Nein, nicht sterben. Nein, nicht sterben. Das ist aber auch ein geschaltes Ste... Autsch. Autsch. Vielen... Vielen... ...lieben... ...Dank. Wow, 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 wow. Stirb. Nein! Nein! Oh Mann, nein! Oh Mann, nein! Ich bin wirklich so schlecht. Ich bin wirklich so schlecht. Aber ich hab langsam den Träger aus, wie ich sie machen muss. Diese Fuck-Eule. So, wo kommt sie her? Wie kommt sie da hin? Dann nehm ich jetzt erstmal ein Eis. Ja, Eis. Mann, sie macht... Sie täuscht immer so dumm an. Sie ist böse. Ja, das ist sehr nett von dir. So, und jetzt bleib da und mach den... Hallo. Ja, jetzt macht sie das auf einmal nicht mehr. Das ist... ...eine sehr schöne Strategie. Hey, hallo! Was hat... Was hat sie denn für ein... Sprite? Hallo? Bist du dumm? Langsam reg' ich mich auf. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss einfach... Ich muss einfach... ...das Beste... Oh, Fuck. Ja! Dass ich auch keine Zeit hab, auszuweichen. Sehr... ...schön. Du bist so dumm. Herm, du bist so dumm. Willst nehm ich den Cutter und schnell da hoch springen? Oh, fuck. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich ganz bestimmt nicht. Wow, 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 das war... Nein! Oh, Mann, das ist so unfair. Mann. Ich hänge jetzt schon ein Video an diesem Boss. Das ist total unfair. Komm, ich will die vierte Welt heute schaffen. Ich glaube, der ist jetzt nicht an diesem Boss verreckt. Also ich weiß nicht, ob Eis eine gute Methode ist, aber ich denke mal schon. Ähm, jetzt könnte ich ihn nämlich angreifen, wenn ich nicht total unfähig wäre. Hallo, der landet aber auch andauernd da wieder drauf, ja? So. Bam, 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 bam. Bams. Das ist so unfair. Guck mal, wie wenig ich ihm abziehe. Und durch einen Feuerball hier macht er wieder unendlich viel Schaden. Und dann macht er immer die gleichen Attacken, was sehr schön ist. So, bist du... Dung. Nein, nein, nein. Ach, jetzt habe ich gar keine Fehl... Oh, ich bin ja auch... Hallo, was hat er für einen hohen Radius? Komm, ich mache ihn jetzt fertig. Ja. Fuck, 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 fuck. Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich nicht der Gegner. Entweder es ist meine eigene Dummheit oder es ist die Stage. Obwohl ich bei mir ja sagen würde, es ist meine eigene Dummheit. Ich glaube, ich... Da, hallo! Ich habe nicht die Möglichkeit auszuweichen. Es ist so unfair. Es ist so unfair. Komm. Ich kann jetzt mal wieder in eine Richtung gehen. Ich kann jetzt mal wieder in eine richtige, schöne Fähigkeit kommen. Cutter oder so. Hey, ich... Ich kriege es nicht mehr in den Kopf rein. Es ist wahrscheinlich wirklich meine eigene Dummheit. Bei der Wolke war es genauso. So, und jetzt kommt bitte Cutter. Nein, natürlich nicht. Das kommt keine Fähigkeit. Komm, töte mich. Weil... Es hat jetzt die Wille nichts mehr gebraucht. Ich hatte nichts mehr. Ey. Komm. Komm. Noch einmal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe. Rastgells. Ich muss den Boss doch aber irgendwie hinkriegen. Also... So schwer ist er doch wirklich nicht. Und Sprung bringt wirklich überhaupt gar nichts. Es ist so unfair. Danke für nichts. Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt...